Hallo Leute, mein Name ist sozialinstock und ja, nachdem, nach einer Folge wie ich aufgenommen habe, in der letzten Mittwochs Animation, die ich verpasst habe, Mario sozusagen ein bisschen sich an SG4 gerecht hat für die Five Nights at Freddy's Action, kriegt Mario gleich ein weiteres Déjà-vu um die Ohren. Cat Mario hat ihn damals in den Wahnsinn getrieben, zusammen mit Unfair Mario in der Vergangenheit und jetzt gibt's die Wiederholung, nur mit dem Unterschied, dass jetzt die Wände näher kommen. Ja, Prost Mahlzeit, mal gucken, ob wir später ein Pentgate oder Paper Mario haben. Let's go! Wir sind auf jeden Fall im Internet Graveyard, wie das Schreck spielt. Oh. Ach, ist ein Sponsor. Dieses Spiel schon wieder. Spiele, die so sehr versuchen, mit Werbung zu schalten. Hier sind meistens keine so guten Spieler. Zu 90 Prozent, eigentlich. War klar. Jetzt sieht er wieder SG4. Oh. Diese Version marks die 5th Anniversary des GLB Server, so es werden real-life Events mit promotional merch und andere Bonusses. Check die Link in der Videobeschreibung. Find dein local Event. Oh. Oh, hello. So download the game jetzt und redeem die Gift called MK Final. Und du gete 30 von 2888 Asterite und eine Herscheardt Trial Card für frei. Jetzt auf den Video. Oh. Oh. Ja, da ist sogar das alte Video. Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Dieses Spiel ist aber auch gemein. Das war eins seiner ersten Gameplay-Videos tatsächlich. Jep. Das war ein bisschen weit für so oft, wie man in diesem Spiel stirbt. Das war ein bisschen weit für so oft, wie man in diesem Spiel stirbt. Oh nein, es ist so ein Spider-Man-Azer-Müll. Nie ein Video davon angesehen. Komm, seid fair. Die Wände dürfen nicht so schnell zukommen. Und wir haben noch eine weitere wertlose Werbung. Bye-bye. Jep. Memory. Er hat den Fluff damals nicht erwischt. Jetzt sehen Sie sich auch noch? Ja, jetzt ist er in Level 2. Noch einen und der kriegt sie wieder ab. Aha! I don't know, it exists. But just based on the evidence of playing this game, I can tell you probably isn't real. Wink! Look at this! It's a King Mario! Oh ne! Au! Nö! Au! 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 Diese Videos sind aber auch der absolute Trash. Ups. Susan, lange nicht mehr gesehen. Oh, weia. Der Pilz ist böse. Oder fällt auf ein Enemy. Okay, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Vier Stunden später. Das ist ne Falle. Das ist ne Falle. Das ist ne Falle. Ich wusste es. Let's have f***ing. Ui. Au. Bei dem Konto kann man sich echt übergeben. Es war so klar. Der Roboter, der Roboter. Who the f*** are you? What? No, 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 no. So weit kenne ich nicht mal die Level. Der Panzer auf den Roboter. Okay, welches Level ist das? Die ganzen Level kenne ich nicht. Au. Okay, das kam unerwartet. Und das ist Mario Maker Klassiker. Auch wenn das Spiel erst danach, vorher erschienen ist. Hä? Wo kommt die Wolke her? Hä? Soll das der Bowser sein? I need a plan. Ein Roboter. Sind das Anspielen auf Mario Sunshine? Gepit. Das war genia. Das ist gemein. Ich bin mit dem Roboter und den Pilz ist gut. Der steht schon wieder. Der wird so spät getriggert. Da ist irgendeine Falle. Hey, das gilt nicht. Das galt nicht. Das Spiel war vorbei. Warum haben die angegriffen? Okay, warum haben die angegriffen? Der letzte Tod zählte nicht mehr. Naja, was soll's. So, jetzt nicht vor, aber für dieses Video muss ich dir einen Dislike geben. My eyes are burning von den Sidescenes. Und ja, bitte tu das nie wieder. Und damit bedanke mich für's Zusehen. Bleib sozial. Lass ihn auch da. Und bye. Morgen gibt's die anderen drei Ferien. Tschüss.